Hallöchen, huch. Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mako. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen heute wieder Life is Strange in der Remastered Version. Alter, was hängen denn da für Hupen, ey. Junio, sehe ich ja jetzt erst. Kleidung anziehen, Handy ansehen. Now I am glad Chloe took that money. This guy is serious and scary. Chloe, Geld, sofort. Ich hab dein Geld, du Arsch. Wann? Ich texte dir, bevor die Wache rum ist. Oder sonst lege ich dich, äh, oder sonst leg dich nicht mit mir an, du Nutte. Scheiße. Die Polizei und Feuerwehr reagieren auf einen Entbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Akademie um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keinen Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Die Polizei hat noch keinen Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Die Polizei hat noch keinen Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Die Polizei verhaftet einen nackten Mann mit Schwert am Up-All-Night-Donuts in der Nähe des Peking-Path-Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter einem Einfluss von Energydrinks und Methanphetamin. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlung ohne Möglichkeiten auf Konditionen in Haft. Ja, moin. Blackwell-Schülerin befindet sich im stabilen Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Akademie befindet sich Kate Marsh in stabilem Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit keine weiteren Informationen verfügbar. Ne, ich nicht. Können wir den Scheiß ausmachen? Erschrecklich. Warum hast du die Pistole wieder? Warum hat die die Pistole wieder? Er hat die doch mitgenommen. Was? 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 Was ist da ein Problem? Ja, ein Problem ist, sich miteinander zu küssen. Wow. Abgelehnt. Ich will an die Schublade. Ich will an die Schublade. Was ist das hier? Können wir uns dann erklären? Ist da Geld drin? Da ist was Rundes drin. Ist bestimmt Geld, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott. Das riecht so großartig. Oh. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unsere Gebete sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich. Versprochen. Ähm. Moment. Hast du das Schloss gesprengt, Bomber Max? Oh, bitte. Ich wollte nur dein exklusives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt. Also, kaufe ich die Tickets jetzt. Ich werde eins mehr besorgen. Falls du deine Meinung nennst. Er versucht es wenigstens, ha? Äh. Du bist ja immer noch hier. Boah, ich hab auch noch so Handtücher, ne? Ohne Witz. Komm, hat doch jeder, oder? What's ironic is, I always hated it when Chloe used my toothbrush. Äh, jemand, von jemand anders die Zahnbürste benutzen geht gar nicht, alter. Ich mein, eigentlich macht man sie ja sauber, ne? Du machst ja nach dem Zähneputzen die Zahnbürste sauber. Die ist, also, kann ja eigentlich nicht trickig sein. Aber ich kenn Leute, die haben ihre Zahnbürste nur draußen stehen. Dann siehst du noch so die Reste von der Zahnpasta und so. Und in der Zahnpasta ist ja dann auch der Zahnbelag und so. Oh, geht gar nicht. Geht gar nicht. Blah. Aber da sollten wir jetzt nicht reingehen. In das Zimmer. Weil, jetzt ist ja jemand im Haus. Versteht ihr? Guten Morgen, Joyce. Rachel. Ich meine Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God, you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Eier und bacon? Eier und bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey, wakey, Eier und bacon. Totally. We'd wake up so fast. Now this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Wie nett, dass sie für uns Essen macht. Öffnen. I should evolve and become a vegan, but... Huh, bacon. Ähm. Muss ich die Eier von... irgendwelchen Hühnern klauen, oder was? Come on, Max. Find those ingredients, so we can chow down. Okay. Hey. Jeez, can you help me get this bird out of here? Was that denn? Oh. The eggs always come first, as Joyce used to say. Ich habe mich teleportiert. Soll den Vogel raus befördern, aber wo ist er denn? Nein, wir setzen uns da jetzt nicht hin. Ah, der andere Vogel ist ja auch einfach vor die Scheibe geknallt, ne? Hier liegen so viele tote Vöbel. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. David, this is Officer Korn. I just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-in. What? Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Message deleted. Goodbye, Message. Okay, ich weiß nicht, ich soll irgendein Vogel rausbringen, aber... Ich weiß nicht welchen Vogel, ich sehe keinen, tut mir leid. Oh, okay. Rachel, das sind Schwierigkeiten Rachel ist in sehr schwierigen Problem. Ich weiß, ich habe die wunderschöne, true crime-shows und es macht mich krass, wenn ich über Rachel denke und eine genug zu denken. Also, ich denke nicht zu viel. Ich sehe, warum ist Chloe so obssessiert mit der Findung. Max Caulfield, bist du eigentlich jealous von Rachel? Vielleicht. Rachel war so viel cooler als ich. Oh, you think? Dann warum hat Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth, if only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I guess nobody waters the plant here. I'm glad that's creamy and not crunchy. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good. You can clean. Oh, ich hatte auch einen Freund, wo die Mutter genauso war. Ja, ich bin so erzogen worden halt, ne? Auch immer freundlich. Danke und so weiter. Ich schwör dir, Alter, wie ein Kumpel von mir. Ja, der hatte eine Mutter. Ehrlich. Kannst du ja auch. Kannst du ja sauber machen. Als Dankeschön. Du kommst ja Müll raus, tust dies. Immer wenn ich hab da so oft geschlafen, ne? Ich mein, war auch kein Problem. Gehört für mich dazu. Aber es war trotzdem freaky. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will nicht, wenn ich mich für dieses bekanntes bin. Ahem. Ja, die Peine bewagt. Blackwell-Schulung von Labsmart. Marte. Ähm. Ähm. Und wieder zu sehen, hat mich so viel zu erinnern. Ich weiß, dass diese Fotos nicht auf deine Arbeit sind, Max. Meine Lieblingsfotografen wahrscheinlich nehmen Bilder ähnlich zu dir. Du hast einen David glücklich gemacht. Er will uns alle glücklich sein, Max. Er ist einfach nicht so großartig, zu zeigen. Ich glaube, ich kann nicht so großartig sein, wie Rachel. Du hast dein eigenes cooles Stil. Ich weiß, Herr, ich erinnere mich genau diesen Tag. Ich bin froh, dass William das Bild mit seiner Kamera instanziert hat. Oh, das war die letzte Bild, die er immer genommen hat. Er hat seine Auto aus, genau nach dem, und... Und... Ich weiß, Joyce. Ich bin sorry. Ich habe das nicht gezeigt, um zu sein, um zu sein, zu sein, zu sein. In der Fall, ich will, dass ihr das gemacht habt. Das war, als meine Baby war so voll von Leben und Licht. Sie war Hoffnung, positiv. Alles, was sie nicht heute ist. Und das war die letzte Mal, ich gesehen, Chloe, wirklich glücklich. Shh. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Gees, ich kann nichts tun hier, ohne alle auf meine Scheiße zu kommen. Keine Ahnung kann mit dir schlafen, Chloe. Du fliehst aus der Handel wie das. Entschuldigung, muss ich die bathroom benutzen? Klar, schlafen und schlafen, wenn du mich behauptet hast. Jetzt, wer ist verraten? Just listen zu yourself. Keine Ahnung! Ich muss auf David's Computer gehen. Er muss sich schlafen. Stiefdöde. Wir brauchen einen Hinweiser. Paul sagt Nein. So. Es ist nicht einfach darum zu klingen, Freunde. Das euch euch. Nichts zu sehen. Natürlich, David würde... Ich kann sogar sehen die Kombination. Das könnte ein guter Passwort. 7171. Versuchen wir das. Einfach 10... Wir können einfach ganz weit zurückspulen. Wir haben noch keinen Error gemacht. Weiter geht nicht zurück. Weiter geht nicht zurück. Oh, wir wissen noch den... das Code... den Code 7171. Ein Leitfaden für Veteranen. Dude. David hat das so lange über den Kopf gedreht. David hat das so lange über 2001 gehangen? Das war's. Obviamente, David's parents care about him. That date might be a good password. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. That's cute. Und mein Engel im Kampf hält die Flügel steif Es war eine Ehre, sieben deiner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollen. Okay, wir haben jetzt ein paar Hinweise. Versuchen wir es. Warte mal. Ich habe PS, die das schnell zurückspulen. So, nutzen. Halt die Flügel steif. Hm, Familie. Sonst haben wir alles ausprobiert, ne? Oder? Jetzt haben wir alles ausprobiert. Privat. Einschusspreis. Die Nummer. 717 haben wir auch was probiert. Haben wir die probiert? Haben wir probiert. Familie. Stiefvater. Haben wir auch probiert. Armee. Haben wir auch probiert. Oh, es fehlt ein Hinweis. Es fehlt ein Hinweis. Ich muss einmal noch die Zeit zurückspulen, da ich das Passwort nicht falsch eingegeben habe. Ich muss noch die Passwort finden. Ich muss noch die Passwort finden. Ich muss noch die Passwort finden. Hm. Ich finde traurig, dass er jetzt erst ein Schloss daran gemacht hat, weil das eigentlich super wichtig ist. Übrigens, die Tür führt nach draußen in den Garten. Hat man gerade von draußen auch gesehen. Ich suche mal, bis gleich. Ich habe was gefunden. Man kann unter der Sonnenblende, wo wir diese Serviette, diese Rechnung gefunden haben. Ich denke, das ist eine Rechnung, weil ich sehe jetzt gerade im Hintergrund deiner. Können Sie rumdrehen. Das Datum, wann er sie kennengelernt hat. 11 27 08. Also. 27. August. 2011. Ähm. Familie? Was glaub ich hier? 5. Max the Hacker. 1. 4. 2. 2. 24. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell-Akademie wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von dem Sicherheitschef David Metzen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnungen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden, sie erinnahmt für die detaillierte Übersicht. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung für die Vortex-Party reden Drogen. Kate mit ihrer Kichergruppe beobachtet, ihre Kirchengruppe, lol, Kichergruppe. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bart als alle anderen Drogen, sagt Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemandem Erwachsene mit Spitzbart. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche, Drogen, versucht mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und Flo schuldig. Pseudonyme im Internet, Mad Max, Max Factor, Noah Engel, Maxine Clawfield, Fühlerin, Max Stundenplan Oktober, zweite Woche Stundenplan. Kannst du ihn auch wieder ausschalten? Sie lassen immer alles offen. Gute Abend. David, bist du schon wieder? Ich muss eine Nacht nachdenken, nachdem ich die Vandalismus-Party von der Nacht geschrieben habe. Was ist passiert? Einige Schütte-Aß-Punker, die in die Schwimme-Pool. Das ist das, was passiert in diesen PC-Bullshit-Kollegen. Entitled-Studien, die in der Kampus auf den Kampus. Do you know for sure it was black whale students who else would do it, and I'm gonna bust them Figured you'd be here. Is that your Rachel amber Halloween costume? You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody like all teenagers Leave max alone David stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras So he can spy on everybody like he spies on all of us here Don't start Chloe not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid day not Now Chloe you used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell So who's the loser now David who haven't you accused or harassed between your investigations into Rachel and Kate? What have you done besides get in trouble? For David I'm on David's side Listen we don't know that David did anything and nobody has any proof against him as far as we know it's Nathan Prescott who's the real threat so far I would cut David slack here. Oh would you how generous King max so suddenly doesn't matter how shady David has been acting or that he keeps all those weird files on your classmate Or how you're always going off on how creepy doing us. I don't want anybody being accused of anything There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today Well, I agree with that Now if you all don't mind I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub I have to take a dump Are you coming max? I have to take a dump I must fuck Maybe I went too easy with David for Joyce's sake Maybe I went too easy with David for Joyce's sake Oh man ey sorry Oh man ey sorry Yeah Thanks for letting me down again max Yeah Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole Maybe you just need to get clear Maybe you just need to get clear Blonde bitch I have to fuck Ha Wonderful Listen When I went through David's laptop I found pictures of Rachel and Frank Being More than friends Right no way max She was just posing to tease Frank If you're not gonna believe me why don't we check out what Frank has in his RV What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet What else does he have in there? Motherfucker better not have anything For his sake Let's check the door Frank gets so wasted he sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him Not anymore We have to be casual ninjas here Shipples Okay here's the plan I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money But he needs to come with me Then you come in and rewind so Frank doesn't see me Then you can tell Frank he needs to check out his RV And then you rewind after you get the key And... Uh... And... Chloe... I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys Yeah Or nasty shit Locked And there is also the dog in there Your 18th birthday should be special You are now an adult but still a little girl Look at your account That we have read Maxine Papa here Verzeiht, dass ich mich nicht ehrgemeldet habe Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast Genau wie ich Dich nach Blackwell zu schicken, war das Beste, was du für uns verlangt hast Wir waren so stolz in den Nachrichten von dir zu lesen Und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt Wenn du zum Relaxen nach Hause kommst Und hier auf die Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen Kuss Papa Danke Papa Es war chaotisch hier, ich bin noch nicht so weit nach Hause zu kommen Bis später Max OXO Max OXO Okay Was mit dir? Deine Pläne jetzt ein bisschen besser, Bruder? Na Hoffentlich nicht Ich hoffe nicht Es könnte besser sein Wir könnten einen von diesen Kalifornien Quaken Hey, wie geht's? Peachy Interview über Schlechter Tag? Oh 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 ja, das tut Schlechter Tag? Schlechter Tag? Schlechter Tag? Schlechter Tag? Mit dir übern wir tun Schlechter Tag? Schlechter Tag? Hast du so eine richtige Aufgabe? Schlechter Tag? Schlechter Tag? Ominous. Oh, ein total voll. Hi, wie gehts? Wie bist du? Na ja, ich bin zuhause. Insofern, ja, fantastisch. Wer bist du? Max. Kann ich dir etwas aus dem Diner holen? Ich hörte über die Frau, die fast aus dem Blackwell-Rof. Kate Marsh. Ich konnte sie eigentlich von dem Rof sprechen. Das war du? Wenn ich eine Bottle hatte... Danke. Ich wünschte, dass ich eine Bottle für dich hatte. Aber ich muss herausfinden, wer noch in der Sache ist. Ich bin wahrscheinlich ein größer Snoop als du. Die Leute versuchen nicht zu mir zu sehen. Also, ich sehe alle. Und alles. Frank Bauer ist eine neue Rachel. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn heute gesehen. Er sieht besser als normalerweise. Ich weiß nicht, wie er noch nicht wurde. Ich habe ihn noch nicht verletzt. Sieht, wie du mehr wissen willst, als ich. Ich denke, wie ich die Böge ist. Ich denke, wie die Böge ist. Ich denke, wie du mir erzählst. Ich denke, wie du schlugst. Ich denke, wie du schlugst. Für real. Es könnte sein. Ein schlechtes Mojo ist in der Herd. Diese Woche. Danke für die Warnung, Max. Danke für die Warnung, Max. Und, äh... Vielleicht retten wir sie damit, weil wir ihr jetzt Bescheid gesagt haben, sobald sie weiß, da kommt ein Sturm, macht sie dich vom Acker. Also, hier liegen überall tote Vögel rum. Vielen Dank. 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 Hey. Mr. Prescott. What? Oh. Max Amber. Max Amber. Nice outfit. Max Amber. Max Amber. Max Amber. Honey. So. Cool. plic Ich weiß nicht, warum das Stückchen hier so lange dauert dann. Blablabla. Oh. Tidmarsh. Lester. Einfach so. Okay, das ist sehr krass. Jetzt kannst du die ganze Zeit zurückspringen und kannst immer wieder neue Infos rausholen. Du kannst ihn dann weiterverwenden. Das ist schon cool gemacht. Ein Vater. Ja. 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 never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Ja. 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 Was kann ich für dich machen, Max? Ehh Was ist ein Mann, der sich bei der Schmuck auf der Blut Schmerz Ich würde es nicht so sagen Woher er den Pup? Frank immer mit den Pupen beten auf den Pupen Von seinem Kredite hatte er eine revelation Er hat ein paar Pupen Es hat einen für sich selbst Er ist noch ein Pupen Du und Chloe bleiben, oder? Was ist jetzt ein Pupen? Du schaffst so schrecklich, aber du schaffst alle diese Döcke. Ich bin nicht schaffst. Wer hat dich über die Döcke gesagt? Es ist eigentlich eine gute Geschichte. Du bist ein Animal-Lover. Könnte ich den Döcke? Ich könnte ihn von deinem R.V. jetzt gehen. Hm. Ich werde dich sogar nicht auf die Döcke holen. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Du willst diese Döcke hier. Du willst diese Döcke hier. Schau dir deine Augen, Dylate. Du bist besser als ein Junkie, Max. Aber keine Verzweiflung für dich. Mein Arbeit hier ist fertig, Frank. So, jetzt bin wir ganz weit zurück. So, jetzt bin wir ganz weit zurück. Aber ich wollte noch mit ihm reden. Öffnen. Hey! What the guys. So! Ah! Oh. So, lassen wir uns mal überraschen, hm? Oh, wir können überall auf dem Bad Boy fahren. Kannst du uns nach der Straße gehen? Ja, wir würden uns auf der Straße drehen. Und du wahrscheinlich wollen wir dich wiedersehen. Chloe, wir sind in der Zeit, wir brauchen Nachrichten über Rachel. Ich weiß, was ich... Daydream? Los geht's, natürlich suchen wir mal alles. Flasche? Pompidou? For reals? That's a poodle's name. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay brewers. The archetypal, filthy guy dishes. Good to know Frank has a knife lying around. Of course Frank gets the munchies. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycled dude. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. How can somebody live like this? Ich sage gar nichts, weil ich einfach mal schnell durchgucke. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Are these for Frank or is he selling them? Or both? That's a pretty extreme lighter. Web business, okay. Oh, an opening. Open. I could pry this vent open with the right tool. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Vielleicht sollten wir uns einfach ins Klo spülen Okay, bevor wir jetzt weitermachen, mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!